Wissen ist Macht, aber dazu müssen aus dummen Daten erstmal echte Informationen werden. Diese sollten außerdem so aufbereitet sein, dass man effektiv mit ihnen arbeiten kann. Mit IT-Unterstützung ist es ganz einfach, individuelle Auswertung ihrer Daten vorzunehmen, Kennzahlen zu bilden und eine aussagekräftige Visualisierung der Ergebnisse zu erhalten. Mit anschaulichen Berichten, Karten und Diagrammen haben Sie auf einen Blick alles im Blick und ziehen so die richtigen Schlüsse. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in unserer kostenfreien Webinarreihe.